was geht alter? alter alter! was geht alter? alter, playboy 501 ist richtig gut alter! wie ist dir denn? bei mir ist alles cool alter. ey sehr sehr schön, ey weißt du was? bleib so wie du bist mein bärchen, weil ich finde es gut, weil siegeschen ist der beste und du bist der doppelgänger habe ich gehört. du kannst doch, kennst du noch, ich bin kein gangster, ich bin kein killer, nee ich bin kein gangster, ich bin kein gangster, kein killer, kein dieb, ich bin ein junger von der straße. rap das mal, ich mach beatballs okay? gleich aber warte warte, ich trinke kurz mal ein schluckchen vom bierchen, gleich mein schatzi. erzähl, warte, ich darf nicht vor kamera sonst nicht versperrt werden, weißt du? warte, bleib kurz dran mein bärchen, ganz kurz. so so, ich bin kein gangster, kein killer, kein dieb, ich bin immer ein junger von der straße. achso, wie war das nochmal? kriegst du es hin? ja klar, ich bin ein böse, ich bin nur ab und zu aus der reihe, doch ich pass auf, dass ich verhältnismäßig sauber bleibe, ich hab ne weiße Wäste, okay, vielleicht statt zu schleppen, ich bin ein Gött und Kipp, die Bierfahren und Adi Netzen, ich bin ein asozialer Frolle und Frohle, einer, den wir nicht mehr wollen beim Komet. amster mäßig, dicker, perfekt, bruder, erzähl. dicker, wo kommst du denn von welcher Gegend, dicker? berlin, netter. ey, richtig, alter, ich werd dich auf mein Piratschiffchen hochschen, dicker, weiß ich geschehen, der originale, hat keine Zeitchen, weil er ist ja richtig, du bist ein großer Fan von dem, oder nicht? der, der, der größte, glaub ich, hätte. ey, schätze? aber du bist tausendmal besser, Bär, weißt du warum? guck mal, ich hab mir auch tätowiert, hier steht Sido. ey, du bist der Original, also ich denk mal, du bist der Original, also ich denk mal, du bist der Original, hier ist Harry, deine Lieblingswörter, hier steht alles. Respekt, ich seh, ich seh, also ich denk mal so, ich denke mal so, du bist, aber, äh, das Ding ist ja, du bist jetzt der Originale, weißt du warum? warum? du hast die Maske, dicker. vielen, netter. haha, dicker, du bist jetzt der Echte, dicker, ist so, weil, ey, dickerchen, weil er ist jetzt alt geworden, grau geworden, er hat keinen Bock mehr, jetzt übernimmst du seine Szene, dickerchen. willst du das? Bläm hat gesprochen, pass auf, ich kläre das mit Sido, also Paul, würde ich, dass du jetzt der neue Sido bist und keiner kann Faxen machen, dickerchen, dann nimm mal dich auf ein Piratschiffchen, dickerchen. mal willst du, bist einverstanden, dickerchen, aber erst mal klären, da darf man keine Faxen machen, das musst du ja erst mal, da müssen wir erst mal in Ruhe, erst mal in der Plattform, erst mal alles klären, aber dickerchen, bei Playboy 51 kann keiner Faxen machen, dickerchen. willst du mir ein paar Fragen stellen, mein Bärchen? hm, 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 ja, nicht so viel, wa? nee. kennst du mich eigentlich so, wie ich schon, pass auf, von damals, Alter, von damals kenne ich dich, Alter. pass auf, ich hab damals alles aufgebaut, dickerchen, da gab's gar nichts, dicker, da gab's noch Playboy 51, Playboy 51 hat das Tor in die Hölle aufgemacht und danach wieder zugemacht und danach von, von der Hölle kam keiner mehr rein, dicker. weißt du warum, weil ich das geschossen habe. und jetzt ist Playboy 51 zurück, Alter. dickerchen, normal, weißt du warum? weil so nachts da flitzen, aber so was, eh, ne? so, willst du immer uns grüßen, mein Bärchen? ich grüße alle Leute, Alter. vom Herzen aus, sehr schön, dass du dran bist, ganz kurz, wollen wir jetzt, pass auf, da gibt's doch, ähm, ganz kurz, hast du, äh, du magst ja auch MC Boogie, ne? ja. äh, dann, äh, machen wir bald einen Termin, da kommst du da hin, wir beide treffen uns, okay? ja. ernsthaft witzig, Siggi, schönwürdiger, nichts sagen, alles gut, alles geklärt, mach dir den Kopf, dickerchen, du redest wie Siggi, Alter, dicker, die gleiche Stimme, Alter, dicker, die gleiche Optik, überkrasse, ey, Hammer, Hammer Typ, Alter. da werden wir auf jeden Fall was klären, aber da müssen wir auch mal, äh, ein bisschen, äh, schauer denken, dass die Wurzeln nachts da irgendwie weiter wachsen, willst du weg, Mäne? auf jeden, Alter. willst du mir ein paar Fragen stellen, mein Bärchen? wie geht's dir so, Alter? äh, Playball 51, ja, ich bin ein Jahr älter geworden, also, ich hab keine graue Haare. du bist ewige 19, Alter. also, wirklich, also, äh, deswegen wundert mich auch, also, in meinem Alter sind's alle grau. also, die haben wirklich graue Haare, die haben, äh, oben auch so, wisst du, warte mal, ich halte mal kurz eine Taschenlampe ran, so, die haben alle graue Haare, guck mal, bei mir ist alles so, wisst du, so, alles noch so geblieben, so, braunchen, so, nicht braun, das nennt man so Kupferbraunchen, so, wisst du, kleine, und das ist, äh, ist halt so. du hast auch Haare auf dem Kopf, aber ist nicht so schlimm, so, äh, Haare braucht man ja, aber pass auf, in der Türkei gibt es, ähm, äh, da gibt's, äh, dass man sich Haar, äh, Dings, hier, da, irgendwie, ja, Haarplastation, ich weiß nicht, aber, Dickaschen, ey, wenn ich eine Glatze haben würde, wisst du, wenn ich Haar ausfallen würde, dann würde ich drauf stehen, wisst du, ich meine, so, es ist doch scheiße, ja, wisst du, ich meine, Dicka, äh, das ist Natur, wir sind Menschen, wisst du, ich meine, ist halt so, wir verlieren nun mal Haare, wisst du, und es ist halt so, 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 wir wollen heute ein Match machen. Machen wir ein Match. Wir machen heute ein Match, meine Übersatten-Fans, wir haben heute, äh, wie wir ein, äh, Lixi, wie haben wir denn heute, wir haben noch sehr viele, ähm, äh, Zuschauer, schön, liebe Grüße, so, wir, pass auf, ich mach Beatbox, und ich sag dann, wir haben die besten Zuschauer der ganzen Welt, aber ich mach Beatbox, und dann rapp ich, und du rappst was anderes, okay? Pass auf, kannst du, sharing, sharing, wir rappen, sharing, sharing, wir rappen, kriegst du das hin? Sharing, sharing, wir rappen, rappen, und du bleibst dabei, pass auf, ich fange an. Genau, sharing, sharing, wir rappen, du rappst, sharing, sharing, wir rappen, sharing, sharing, wir rappen, wir machen einen Match. Kriegst du es hin? Ja. Sehr schön. Also wo mache ich das jetzt? Pass auf, wir treffen uns bald in Berlin. Hast du in zwei Wochen Zeit? Ja. Aber pack deine Maske schön in einen Koffer ein, Dickerchen. So. Grüß mal Sido, Paul Würde ist, Dicker. War ich. Grüß mal vom Herzen aus. Grüß mal Orgi69, Frauenarzt, Jans Arzen. Weil die, ey, alle waren ja zu Gast bei mir. Sehr viele, sehr viele. Und Nasa, Rav Camora. Pass auf, Rav Camora und Nasa. Nimm die mal mit in so ein, die sollen dich in den Videoclip reinnehmen. Auf witzig was machen. Playboard gesprochen vom Herzen aus. Saul haben da. So, wir grüßen jetzt welche. Du fängst erst mal an, ja? Lies mal erst mal. Siehst du auch den Chat, was sie alle schreiben? Ja. So, grüß mal jetzt welche, bitte? Schöne Grüße an Toni Stölzelt, Alter. Sa. Yeah. Guck mal, ich hab einen Ring, Dicker. Guck mal. Was ist denn das für ein Zeichen, Dicker? Das ist meine Maske, Alter. Ist geil. Yeah. Wie geil. Da sind Brillanten drauf, Dicker. Da sind Brillanten drauf, Dicker. Schon geil. Wenn wir uns treffen, Dicker, schenke ich dir das. Danke, Alter. Vom Herzen aus, mein Bruder, Herzinn. Schenke ich dir. Du hast doch verdient, vom Herzen aus. Kriegen wir schon einen. So, ganz kurz. Unterhalte ihn mal kurz. Du weißt, ich muss kurz mal eine. Ganz kurz. Ich bin eine Minute. Ich rauch kurz eine. Warte ganz kurz. Toto, was geht, Alter? Tu nicht Stölzelt. Kein Problem, Alter. Was geht? Hast du mich gesehen bei vielen Sendern? Ja, bei vielen. Damals bei Tafelhofen und so. Ich war überall, Dicker. Ich war überall. Ich habe die ganze Welt, das ganze Allround, dieses ganz komische System, habe ich schön in den Arsch, schön durchgenommen. Weißt du, was ich meine? Habe ich auch richtig gemacht. Weißt du, warum? Warum? Du musst heutzutage, ist nicht so wie dieser Song, ja, dieser Arschfick-Song. Weißt du, was ich meine? Das war ein Hit von, aber sieh ich hin, alle Dudes, Geschmäcker sind verschieden. Deswegen sage ich ja, ich bin ja der Playboy. Ich bin ja der Playboy, der Übersatz-Trenner. Also jeder... Deswegen sage ich ja. Deswegen sage ich ja. Und deswegen, hast du auch ein Video gemacht, selber? Für was? Jetzt du selber, jetzt. Selber. Wieso? Das erlaube ich dir. Darfst du machen, Dicker. Und wenn wir uns treffen? Ah, hast du alle. Weißt du, was? Mit deiner Stimme? Holen wir es rein. Da wird auch der Siegischchen nicht sauer werden, weil er Playboy nicht gesprochen hat, weil ich es gern werde. Yeah. Schöne liebe Grüße. Und er guckt auch zu. Hallo, Sido. Und auch dieser Fruchtzwerg. Hast du schon mal Fruchtzwerg gegessen? Ja, gegessen, ja. Das ist ja so ein Pudding, wa? Ja. Nach was schmeckt das? Na, nach Banane, Erdbeer oder was draufsteht. Genau, Dicker. Schön. Pass auf. Die Maske, wa? Die du an hast, wa? Ja. Ah. Ist die gleiche Farbe, Dicker. Das Ding ist dicker schön. Richtig schweißgeil. Kommt beides bei den Weibandgeilen an, habe ich gehört. Ist jetzt... So, wir müssen erst mal welche grüßen. So, ganz kurz, meine übersatten Fans. Jetzt muss der Playboy 51 kurz mal. Ist dem nicht heute. So, jetzt müssen wir erst mal die Fans zuhören. Nicht so viel rumalbern. So. Meine übersatten Fans da draußen. So, da kommt noch viel mehr. Da kommen noch sehr, sehr viele. So, ganz kurz. So, eine Playboy schön. Grüß mal bitte. Das geht so schnell. Ich kann nicht so schnell grüßen. Fette, liebe Grüße aus Bonn. Schöne Grüße zurück. Grüße aus Hannover. Schöne Grüße, Piratenchef Kuschatasse. Die übersatteste Piratenchef. Eine Sau. Also, Steinen. So. Bonn. Ja, schöne Grüße. Grüße. Grüße 51. Du bist alt geworden. Na, ja. Normal, Dicker. Schöne Grüße an Elton. Grüße Summer aus Berlin. Grüße aus Braunschweig. So, tschat, tschat. Hallo. Weißt du was? Du kannst heute nicht so schnell mehr lesen, Dickerchen. Weißt du warum? Weil dieser Chat geht so. Ist so wie, wenn du Scheine blätterst, Dicker. Weißt du, was ich meine? Ganz kurz. Das ist wirklich so. Ey. Aber deswegen sage ich ja, weil da hat der Playoff 51 aus Regendorf ein Studio. Da lade ich dich auch herzlich ein. Grüße aus Sassnitz. Grüße aus Regendorf. Schöne Grüße mal Boris und TV Connection. Schöne Grüße. Grüße aus Kaiser. Schöne Grüße aus Leipzig. Schöne Grüße. Dickerchen. Weißt du, wie viele Grüße wir bekommen, Dickerchen? Weißt du warum? Weil das so ist, Dickerchen. Ah. Alhamdulillah. Yeah. Was siehst du, was ich meine? So witzig, man grüßen, Dickerchen. Ich grüße Toto, Alter. Grüße aus... Wo kommt Toto her? Grüße aus Lotto, King, Aikchen, bitte. Achim, bitte. Schöne Grüße aus Tegel. Schöne Grüße. Wo kommt denn her, Dicker? Keine Ahnung. Hat er nicht geschrieben. Echt jetzt? Aber du kannst doch noch was anderes, wa? Nein, Block, Main, Total, Meine Gang. Rap das mal kurz mal. Nein, Block, Main, Total. Du in deinem Einfamilienhaus lachst mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch in meinem V-Schein schreibt mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Blog weiß es jeder, wir sind Stars. Stars. Die krieg ich alles, ich muss hier nicht mal weg. Hier hab ich Drogen, Freunde und Sex, ey. Und Sex. Perfekt, Dicker. Übersatt, so wirklich schon. So, der alte P51. Jetzt rapp ich mal was, ja? Hör mal zu. Ich bin der Playboy, der übersatte Renner. Ich bin einfach der Geilzone, ich bin der Frau und Kerl. 51 steht auf meiner Brust geschrieben. Jeden Tag ne andere Blibber wird sich nie verliegen. Sexy Playboy, den jeder kennt. Kriegt alle Schlamm, der nächste Potenz. 10.000 Frauen hab ich schon gehabt. 50.000 werden es nicht für oder das klappt, dicke Dittenlange, Beine, Brüder oder Blondine. Keine Frau ist sicher, denn ich bin ne Fuckmaschine. Brüte, hört zu. Was Playboy verkündet hat, ne Bombe in der Hose und die Lunde ist gezündet. Eingehörter Körperhormone und ein Tanker. Playboy ist Übersatt, schnicky, schnicky, bange. Nicht 10, nicht 20, nicht 30, 40, 50 Frauen. Und ich bin 50 Uhr an. Geil, oder? Weißt du, wie war ich, was ich damals hatte in meinem Videoclip, Dicker? Du viele, Alter. Dicker, ich hab alle klar gemacht, Dicker. Hier ist Piratenboss, Dicker. Der Piratenmeister. Das ist ja heute noch so, Alter. Einen. Yeah. So. Deswegen sag ich ja, hast du mal Fragen an mich, Dickerchen? Ja, wie läuft es jetzt mit der Weiberwelt, Alter? Also ehrlich gesagt, sehr schön. Sehr viele Mädels, die kommen auch auf ein Piratenschiffchen. Du bist auch am Start, Dicker. Die kommen alle da rauf, Alter. Dicker, normal, Dicker. Die sind in den Schuhen, die sind cool, Dicker. Aber die können alle machen, was sie wollen. Alle, gut. So. So sieht's aus, Fiko. Kennst du Fiko, Enkels? Ja. Ja, der ist ja in Bremen. Der ist ja, wie soll ich sagen? Der ist schon alt geworden. Ey, hier hat doch gerade jemand geschrieben. Frag mal, was mit Fiko ist, Alter. Deswegen? Also Fiko macht jetzt auf Cowboy, Dicker. Was hältst du von Cowboys? Nee, ich mag Indianer, Alter. Weißt du, warum du Indianer magst, Dicker? Weil, ey, Dicker, die sind abgehärter, Dicker. Indianer sind abgehärter, Dicker. Weil Indianer kann keiner fax machen, Dicker. Weißt du, was ich liebe? Das ist ja kein Schmerz, Alter. Genau. Und weißt du, was ich liebe? Raiders, Dicker. Die Oakland Raiders, Alter. Alter, ich liebe, ich liebe Raiders. Weißt du, was Raiders bedeutet auf Deutsch? Nein. Soll ich das sagen? Ja. Buchstabieren? Nicht Buchstab, übersetzen auf Deutsch. Räubers. Raiders bedeutet Räubers, Dicker. Kannst du googeln, Dicker, im Internet. Aber das ist eine NFL-Sache, Alter. Ich bin ja kein Räuber, Dicker. Ich bin ein... Die Räuber, Dicker sind... So, alles gut. So, wir machen erst mal mit. Wir beide. So, mal gucken. Hier schreibt jemand, Fiko hat... Ey, hier schreibt jemand, Fiko hat Ziggy einfach ausgenommen und es geht jetzt. Ja, der hat wirklich... Deswegen, die haben mich auch angeschrieben, auch in der Sendung, dass der da auch viel abgezockt hatte. Und am Kindergarten, das brauchen wir ja nicht mehr. Die... Playboy... Die Sache... Ey, hier schreibt jemand, Playboy soll mal bitte... Zahol sagen. Sa... Alhamdulillah. Eid. 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 Meine Übersatten-Fans. Grüße aus Schönholz. Eid. 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 Wo ist Fiko? Fiko ist in Bremen. Die Übersatten. Das ist so. So hat Leif... Erzähl mal über Fiko. Also, ganz kurz, ich soll mal über Fiko was erzählen. Also Fiko, den habe ich als Person in der Sendung 51.TV mit Reinjo. Ich war ja früher sowieso schon sehr, sehr bekannt. So wie auch jetzt. Und ich wollte ihn aufbauen. Dann habe ich ihn aufgebaut. Dann hat er so eine hohe Nase bekommen. Hat Scheiß gebaut. Hat viel geklaut. Hat Sponsoren abgezogen. Und dies, das. Ist dann nach einer Prämie geflüchtet. Hat da auch Scheiß gebaut. Und jetzt arbeitet er als Cowboy. So. Was wollt ihr noch mehr wissen, wenn ihr seid? Es ist halt so. Ich will auch nicht so viel Scheiß erzählen. Weil es auch stimmt. So. Äh. Tamsaul. Was macht Fikrit Babic? Ja, der ist in Bremen. So, wollt ihr mal jetzt von den Doppelgängern mal was wissen? Nicht immer von Playboy. So. Sido Stobelgänger. Habt ihr mal Fragen an ihn. Brille bitte. Kommen Sie, Fiko. Hat sich in Hamburg eingeschissen, wa? Hahaha. 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 Ey. Ey, das ist krass, oder? Teilt, Alter. Ey, das ist, äh, warte mal ganz kurz. Wollen wir jemanden reinholen? Ne, machen wir nicht. Wir bleiben zusammen. Nächste Woche kommt sowieso. Bille bitte kommen Sie. Hast du ein paar Fragen noch an mich, Dicca? Momentan nicht. Ne, alles gut. Zeit, Alter. Alles gut, alles gut. Ist der Hot gefolgt? Äh. Wollen wir ein Match machen hier wieder? Ja, die sagen ja auch die ganze Zeit, dass wir ein Match machen sollen. Ja, aber Dickerchen. Alles gut. Wollen wir machen, oder nicht? Ach, du kommst sowieso nach Berlin. Das Ring gehört hier, Dicca. Was geht, Alter? Ey, was geht, Alter? Hast du einen Knopf gedrückt? Hast du rausgekommen? Nein, der ist gegangen, Alter. Äh, was war denn da los, Alter? Ich dachte so, Alter, eh nach so einem Kranz auf dem Kopf, Alter. So, der tätowiert war. Aber alles gut, jeder soll machen, was er will. Alles gut. Nachster Flinster, schöne liebe Grüße, zurück. Folge mir mal. So, alles gut. Nicht der Typ, Alter. Alles gut. Tau, deine Zeit. So, meine lieben Sattelfans. Also, ich treffe mich mit Sidos Doppelgänger in einer Woche. Wann hast du einen Zeit, Dicca? Wann du Zeit hast, Alter? Sag einfach. Äh, Match machen wir, Alter. Ja. So. Ich hab fünf Tattoos, glaub ich. So, ich hab, äh, eine Tätowierung. Weißt du wo? Wo denn? Am Sack, Dicca. Ich hoffe, da steht Charari drauf, Alter. Und, äh, ich hab einen Ohrring. Ich hab zwei Ringe und eins kriegst du von mir. Geschenkt. Habe ich dir versprochen. Den kriegst du. Wenn wir uns treffen dann, aber dann musst du auch fleißig sein, Dicca. Weißt du, was ich meine? Weiß ich doch. Du bist ja fleißig süß, Dicca. Aber ich, ich kenn dich jetzt so, weil wir haben auch so hier auch beide gegenseitig geschrieben und deswegen bist du cool, Dicca. Und weil der Playboy 51 nicht aufbauen wird, Dicca. Ah, so Alhamdulillah. Weil, denk dran, nachts da flitzen aber am Tag, weil sie so den haben. Gericht? Vielen, Alter. Und, äh, wenn die Haare flitzen, in den Wolken liegen meine Haare. Alles gut, mein Bärchen. So, deswegen, wenn ich was hatten, Fenster draußen, wir beide zusammen treffen uns. Und, äne mene Miste, äne mene Miste, krabbelt auf der Kiste. Äne mene Meck. Und wir sind beide noch da. Keiner krabbelt auf der Kasse drauf. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Schau dir mal die zwei Wanzen an, wie sie auf der Wanze klettern kann. Alles gut. So, deswegen sag ich euch, wenn ihr was anderes wisst. Hast du ein paar Fragen an mich, Dicca? Hey, wenn ich für dich komme, dann hauen wir hier. Aber auf, kommen wir hier auf. Auf die Kacke, Alter. So machen wir das, Alter. Also, ich bin 100% am Start. Du, hä? Wenn wir uns treffen, immer die Maske mitnehmen. Ja, hab ich eh. Die kann dir keiner wegnehmen. Die kann dir keiner wegnehmen. Du wirst auf jeden Fall von Flavor 51 ein Taxi bekommen. Und dann treffen wir uns. Und dann geht die Post ab. Aber ich muss erst mal ein paar Sachen klären. Das ist eine Erlaubnis. Weißt du, was ich meine? Weil es ist eine patentierte Sache. Aber da kriegen wir schon eine Reihebacken. Du kannst ja sowieso machen, was du willst. Ciao. Nein, nein. Allah Reckmann. So, wir machen jetzt beide, ja? Jetzt beide, ja? Ja. Kriegst du was denn, ey, wa? Dicker? Du bist ja Siehischen, Teil 2. Siehischen rappt anders. Rapp mal jetzt was. Du hast jetzt vor, jetzt bist du dran. Ihr sagt, ich bin dumm. Doch man muss doch nicht viel klüger sein. Es reicht, ich besitze zwei Autos ohne Führerschein. Ihr und da mal ficken sagen, manchmal übertreiben. Du musst Grenzen überschreiten. Mach das, die drüber schreiben. Und dann liegt dir die welchen Füßen so wie mir. Nicht so ein Job von 8 bis 4. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich mach Geld wie Heu. Du wohnst im Zelt, du Toi. Ich mach mein Ding und wie es je gefällt es euch. Ich hab dank Agro Berlin drei Goldplatten an der Wand. Ab sofort sind nur noch Wepper, die Gold machen, an der Kante. Und ich chill auf dem Thron voll lässig. Auch wenn mal Stress ist. Mann, es ist verrückt. Wie krass, Alter. Dickerchen, dann musst du mich erstmal Playboy 50 mal richtig fett einladen, Dickerchen. Echt, jetzt richtig schön auf... Nee, nee, Dickerchen, weißt du, was wir machen? Schön auf einer fetten Yacht, Dickerchen. Und Playboy 50 mal, dann gehen wir beide schön fett Fische fangen, Dicker. So machen wir, Alter. So, Manni, was... 100 Prozent. Warte mal kurz, ich muss erstmal... Ey, übergeil. Ey, ey, ich schwör's dir, du bist der Originale, Dicker. Ey, du rappst, ey, du singst besser wie er. Ey, du singst besser wie er. Ey, aber ich will jetzt auch nicht jetzt vom Herzen aus jetzt, äh, Ihnen noch irgendwie jetzt, äh, Schlechtes sagen, aber du bist wirklich, also... Ey, du musst nicht ans Mikrofon. Also, also, du singst, Alter, wirklich besser live als er. Also, wirklich. Also, live davor. Muss ich... Nee, ich bin kein Arschlicher jetzt, ich bin nicht live. Du bist originalisch perfekt, Dicker. Ja, super. Ey, Applaus an ihm erstmal, vom Herzen aus. Von Sido, der Doppelgänger. Riesenhammer. Sau. Ist so. Mal soll ich dich in den Arsch kriechen? Er mal... Ey, ist so. Ey, besser wie er. Ich sag's dir. Du bist besser wie er mit dir. Bleib so, Dickerchen. Und pass auf. Wenn du die Flocken machst, mach mal 50-50. Ja, assa. Ich bau dich auf, Dickerchen. Ey, pass auf, ich hab Geldtransporter, Dickerchen. Ich bau auf Geldtransporter auf, so. Weißt du, was ich meine? Und dann werden wir die Flocken auch gut anlegen. Weißt du, was ich meine? Aber er weiß ja nicht, was er zur Zeit mit seiner Kohle macht. Weißt du, was ich meine? Ich denk mal, der wird komplett verarscht. Und deswegen... Na, weiß ich nicht, Dickerchen. Wird bestimmt so sein. Aber es ist mir auch scheißegal, Sarah. So, meine lieben Fans. So sieht's aus. So, jetzt grüßen wir erstmal alle. Kontakt mit Fiko Townsend. Danke für die ganzen Rosen. Danke für die Schatzkisten. Danke für alle Geschäfte. Eines Haar. Ich hab Playboy 51 gesiegt, Alter. Nein, dann hast du, Dicker. Hast gewonnen, Dicker. Du hast gewonnen. Wie viel hast du gekriegt, Dicker? 824, Alter. Oh, Alter. Schöne Flocken, Dickerchen. Deswegen sag ich ja, Dickerchen. Weil ich weiß ganz genau, dass sehr viele von Siegischen, Alter, sehr viele dabei sind, am Start sind. Weißt du, was ich meine? Die Sie so alle feiern. Das find ich aber gut. Weißt du, was ich meine? Ist halt so. So, jetzt machen wir noch... Warte mal ganz kurz. Deswegen baue ich dich hier auf. Deswegen sollst du ja gewinnen. Deswegen machen wir 50-50. Weißt du, was ich meine? Genau. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten 15... Nee, 13 Sekunden. Alter, Eidos-Fans sind bei denen. Das ist so. Bei Playboy 51 auch. So, wir haben noch 2 Minuten und 4. So, wir machen erst mal Melch. Also, du hast plus 6. Du kriegst immer mehr Punkte, Dicker. Warte. Du hast jetzt VHS. Genau. So, meine Vorsitzenden. Das Spiel hat begonnen. So, lerne das Spiel und gewinne das Spiel. Anzeige. In dem Haus gefolgt. So, grüße mal Micky. Brille. Gesendet. Hat den live. Dicker, du musst dich anzeigen, Dicker. Nein, du gewinnt jetzt. Ja, da musst du dir sagen. Kannst du mal meinen Bruder Ghetto Herbst aus Berlin grüßen? Brille, bitte kommen Sie helfen. So, grüße mal. Danke, Brudi. Einen. Zahn. 51, du musst mal beide aus den Endgesichten leiden. Alles gut. Grüß mal Ayo aus Bönen. Ja. Nimm mich rein, Tanchu. Alles gut. Grüß mal Mel G. Ja, machen wir. Dickerchen, du hast schon Wind plus 6. Dickerchen, du hast so viele Fans, Dicker. Auch, Alter. Grüß Brille. Grüß ganz Marokko. Also, grüße mal Cosimo. Er hat im Dschungelkampf schon ein Grüß. Eide Fick. Grüße an Panik. Schön, grüße. Tanchu bleibt die Nummer 1. Macht ihr, macht mit Strafe für Verlierer. Grüß mich mal bitte, Bruder. Alles gut. Dieser Tanchu, wann geht 51? Ja, dieses Jahr geht es los. So. Auf jeden Fall, Dickerchen. Ey, du hast, Alter. Ey, Dickerchen. Siehst du, jetzt hast du so viele Flocken jetzt in der Tasche, Dickerchen. Das wird immer mehr. Weil Paper 51 braucht auch mal langsamer. Jetzt hast du in der Tasche. Grüß mal Libo. Ghetto, Herbst. Grüße, Fans. Herbert. Grüße, Fans. Aber ich brauche das doch, wenn die Puffis im Club schmeißen, Alter. Hey, sing das mal, Dicker. Schieß das denn? Wo, 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 wo. Riecht mit eurem Schmuck und schreibt. Wo, wo, wo. Ich lasse die Maske im Club und schrei. Wo, wo. Super, Dickerchen. Ich schreibe mit Geld, weil es der Frau gefällt. Frau gefällt. Ich kann es mir leisten, weil ihr Mann mein Tape bestellt hätte. Bestellt. Genau, Dickerchen. So. Grüß mal einen. Adi, Güzel, Sao, schon die Grüße. Hat mal live. So, warte mal kurz. Ich bin gleich wieder dran. Ganz kurz, mein Bärchen. Ey, weißt du, was die denken, Dickerchen? Mann, du musst mal Dings singen. Diese eine Musik. Von, von, äh, Sieg ich hin. Das weiß ich noch, das weiß ich noch. Was war nicht nochmal? Da gab es einen Song, Alter. Ne, nicht. Mein Vödel, meine, das war? Mein Block. Mein Vödel, meine Block, meine Gegend, meine Straße, mein Haus, mein Block. Meine Vödel, meine Gegend, mein Straße, Haus, mein Block. Fast richtig, Alter. Fast, Alter. Aber Playboy 51 sieht da was anderes, Dickerchen. Aber, Alter, Dude, vom März noch, Sao. So, eine kleine? Ne, Playboy nicht. Machst du eine kleine, Dickerchen noch? Ne. So, super. So, wir haben noch, grüßen mal, Ivo aus Kreuzbergchen. Liebe Grüße an Ivo. Einer, Sao. Einer, teilt, Alter. Dickerchen. Grüß mal, äh, warte, ey, das geht so. Warum ist Cosimo erfolgreich? Keine Ahnung, Dickerchen, weil ich sie alle aufgebaut habe. So, 10.000 Frauen habe ich schon. Ein grüß mal, Pate. Und auch, grüß mal, äh, Dings hier. Grüß mal, Manuel, Robert, auch Maike. Grüß, Harris. Achso, grüße, Harris. Harris, kennst du Harris? DBZ, Alter. Genau, genau. Schönen lieben Grüße, Dickerchen. Ja. Gleich die Post ab hier. Grüß mal, äh, Lieboschen aus Tangenhausen. Tangenhausen, okay, er ist beigetreten. Er folgt mir, ich bin's. Ich bin's. Also, okay, was... Aber das ist B-Tide, Alter. Ey, B-Tide macht sein Ding, Dickerchen, Alter. Guck mal, da ist Ruhe geworden. Ruhe, Alter. Ich weiß, ich weiß. Dicker, die kommen alle aus Berlin, Alter. Weißt du, ich meine, auch egal. Jeder, der rett, auch der, äh, seine, seine, seine Emotionen hatte in seiner Seele. Weißt du, ich meine, die sind cool, Dickerchen. Wir sind alle cool. Was, äh, äh, eine Frage an dich, Dickerchen. Wie findest du den Baerbock, Dicker? Geht so. Wieso? Hm, weiß ich nicht, Alter. Digger. Aber, aber, du hast gegessen. Digger, alle Tüte, alle Tüte. Äh, so, alle Tüte, mein Lieber Sand, hast du schon Kontakt zu Sven? So, nein, halt nicht. Also, ich hab, also, man baut ja mal Leute auf und danach, ähm, fallen sie hinterm Rücken, so, mein Lieber Sand. So, Play 51, Alter. Sau, rapp mal deinen Song. Yeah! Schering, Schering, Lady, ich hol mir Viagra, dann klär ich die Weibers und brumst die ganze Nacht. Schering, Schering, Lady, ich hol mir Viagra, dann brumst ich wie der Teufel. Saul, Ham, Dula. Du hast schon wieder gewonnen, Dicker. Tut mir leid, Alter. Alter, perfekt, Alter. Ey, du gewinnst die ganze Zeit, Dickerchen. Aber finde ich auch gut, deswegen machen wir 50-50, Dickerchen. So. Aber alles gut, Dickerchen. Aber ist ja auch nicht viel, das. Was sind das, Alter, bei mir winnen? Das sind, äh, das ist nicht viel. Aber ist ja, Alter, für ein paar Häfchen zum Rauchen reicht ja auch aus, Dicker. Wissst du? Genau. Genau. So, alles gut. Wann ist das gut, ich kusche, das ist, warte mal erst mal ab. In zwei Jahren, üff, fette Million. Dickerchen, du bist Müller, ne, machst du so viel. Nee, 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 ich kippe an, ich bin ja kein Kippe an. Du hast schon lange, schon lange, nein, schon lange nicht, Dicker. Schon lange nicht. Nee, Dicker, schon lange nicht. Alter, wie lange ist 51 auf TikTok? Wie alt bist du, Tanjo, 46 geworden? Dicker, du hast schon zweimal gewonnen, Dickerchen, Alter. Warum lagst du denn dein Alter? Du musst sagen, wenn ich was fragen, musst du sagen, du bist ewige 19, Alter. Alter. Ich bin ewige 19, Dicker. Der war gut, Dickerchen. Alter. Ey, du hast heute wirklich, Alter, siehst du, und das finde ich aber sehr gut. Da hast du wenigstens Fahrgeld, mich danach direkt mit einer Limousine abzuholen, Dicker. Ach, Fahrgeld. Alles gut, alles gut, das finde ich immer gut. Weißt du, also Tanjo, zieh TikTok durch und kennst Kuscher das Disco kaufen. Na klar, nächstes Jahr. Hoffen wir mal, hoffen wir mal. Erstmal ein bisschen Kohle reinbringen. Wollen wir mal lernen, wann ist Piratenschiff? Dieses Jahr auf jeden Fall, Dicker. Wo ist Fiko? In Bremen. Helfen mal 51, Bruders. Macht mal jemand anderes. So, Fiko in Bremen, Letzte. Hast du mal Fragen noch an mich, mein Lieber? Ja, warum, ey, warum kommen deine Piratenschuhe immer nur sonntags, Alter? Ja, weil, äh, das so ist, Dicker. Aber ich glaube, manche Leute wollen die öfter sehen, Alter. Ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen bin ich jetzt dabei, ein eigenes Studio hochzubauen, weißt du? Krass, ey. Und da braucht man erstmal ein bisschen Moneten. Weißt du, was ich meine? Es kostet halt Geld, das halt ein bisschen so umzubasteln. Weißt du, was ich meine? Anders funktioniert nicht, Dicker. Danke, Bonnet, Alter. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Alter. Genau. So, jetzt gewinnst du nochmal, Dicker. Und wir treffen uns am Samstag, Dicker. Okay. Wir beide. Ja, diesen Samstag, oder was? Diesen Samstag treffen wir uns. Und danach fahren wir... Guck mal, du hast schon wieder hier, Ewan, Dicker. Dicker. Wovon fahren wir denn, Alter? Wir fahren dann zum Studio, Dicker. Eine kleine für die See. Tanja, Alhamdulillah. Bitte kommen Sie, Dicker, schön. Und weißt du was? Sigi, schön, Dicker, schön. Der schreibt dir so viele Punkte, Dicker, schön, dass du gewinnst, Dicker. Echt? Natürlich, Dicker, schön. Sido, Alter, Dicker, schön. Du kannst richtig dankbar sein, dass du gewinnst, Dicker, schön. Weil er es will. Sag ihm mal Danke zu Sido. Du weißt gar nicht, mit was für einer Legende du redest, Alter. Genau. Guck mal, überleg mal. Guck mal, Sido hat dir so viel gespendet, Dicker. Ja. So viel. Gut, mein Lieben, wir legen jetzt langsam auf. Grüßen mal 51 Discord. Hast du noch? Und wir telefonieren, wir schreiben uns, mein Lieber. Wir schreiben. Lass dir die Ote hin. Schön, dass du dran warst. Dann hören wir uns. Okay? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Dicker. Gleichfalls, Dicker. Wenn wir treffen, dann machen wir richtig Party, Dicker. Gleichfalls. Vielen Dank, dass du dran warst. Bis dann. Schönen Abend noch. Ciao. Vielen Dank, meine Fans. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.